Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im heutigen Gespräch geht es um Schönheitsoperationen. Seit kurzem hat Dr. Dominik Feinendegen eine Praxis in Schaffhausen und bietet hier Schönheitsoperationen an. Wir reden heute mit ihm unter anderem über den schlechten Ruf von Schönheits-OPs und darüber, wieso 90% der Kunden Frauen sind. Herzlich willkommen bei uns im Studio. Wir haben es gehört, Sie sind seit kurzem hier in Schaffhausen. Hat das zu tun mit einer besonders grossen Nachfrage oder wieso? Nein, überhaupt nicht. Das ist eigentlich privat. Ich habe es gut in der Nähe, in Deutschland, weil ich in Zürich für meine Rost zu wenig Platz hatte. Da musste ich ausweichen und habe dann glücklicherweise einen ganz schönen Platz gefunden in der Nähe von Engen. Wie singe und bin dort jetzt seit fünf Jahren das am Restaurieren und bin deshalb auch viel hier. Ich würde auch gerne mehr hier und würde auch gerne hier eigentlich arbeiten. Mehr arbeiten und deshalb bin ich auf Schaffhausen gekommen. Und zweitens, ein wichtiger Grund ist auch noch, weil ein guter Freund von mir, ein Kollege, der Dr. Schwitzer, mit dem ich zusammen im Inselspital geschafft habe vor 20 Jahren, auch hier ist. Und mit ihm könnte ich eben zusammen die Praxis machen. Er hat mir das angeboten, dass ich bei ihm Sprechstunden machen kann und auch kleine Operationen. Sie sind Schönheitschirurg. Wie sind Sie zu dem gekommen? Wieso wird man Schönheitschirurg? Schönheitschirurg ist nur ein Teil des Facharzttitels. Unser Titel heisst FMA für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie. Also ästhetisch ist gleich Schönheitschirurgie. Das war ein Zufall, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin initial beim Dr. Schwitzer in der Viszeralkirurgie im Unispital, also Unispital in Bern, Inselspital. Und der Zufall war, dass unsere Opse gerade vis-à-vis von den plastischen Chirurgen waren. Und ich bin halt neugierig gewesen und habe immer in der Pause, bin ich schnell übergegangen und mitgeschaut, was die so machen. Und das hat mich so dermaßen fasziniert, dass dann schon langsam der Wunsch aufkommen ist. Ich war da schon im zweiten Jahr von meiner chirurgischen Ausbildung. Da habe ich gedacht, Mensch, das wäre eigentlich auch noch etwas für mich. Das würde mich faszinieren. Und dann war das ein Zufall. Eines Morgens ist ein Oberarzt gekommen von der plastischen Chirurgie und Handchirurgie, die zusammen geschafft haben dort und haben dringend einen Assistenzarzt gebraucht, weil einer ausgefallen ist. Und so habe ich mich dann gemeldet und habe dann glücklicherweise diese Stelle beim Professor Job, mein Chef, damals überkommen. Und das war ein grosses Glück, weil wir hatten ungefähr 100 Bewerbungen pro Monat auf dem Tisch gehabt für so eine Stelle. Okay, es ist natürlich gefragend, Schönheitsoperationen, es ist ein riesiges Thema. Wie sieht das jetzt aus, wenn jemand zu Ihnen kommt? Kann da jeder kommen? Nehmen Sie jeden Patienten oder wie läuft das ab? Jeder kann kommen, wenn er einen Wunsch hat, etwas zu verändern. Dann ist aber nur die Frage, ist es sein eigener Wunsch? Oder ist es einer, der das möchte, dass er das macht? Ein Partner zum Beispiel. Gibt es das viel? Das gibt es ab und zu. Nicht viel, aber ab und zu mal. Und dann muss man das sehr wohl aus dem Gespräch herausgehören, weil sonst ist der Patient nie glücklich, wenn man irgendetwas macht. Und das andere ist auch, ist der Wunsch realistisch? Der Wunsch, der an einen angetragen wird als Chirurg, ist das überhaupt machbar? Realistisch insofern, wenn man dann ein Zeitungsbild bekommt und dann möchte der Patient so aussehen wie dort auf dem Bild. Und dann muss man einfach schauen, was ist machbar und das mit dem Patienten oder der Patientin auch dann besprechen. Und die Erwartungshaltung muss dann auch entsprechend korrigiert werden. Was ist so ein typisches Beispiel, wo Sie sagen, nein, das mache ich nicht in der Operation? Also sicher mal, wenn ich spüre in einem Gespräch, dass eine Frau zum Beispiel gar keine Brustvergrößerung möchte, sondern dass das der Ehemann oder der Partner ist, der das möchte. Oder auch zum Beispiel unnatürliche Lippen. Ich mache zum Beispiel keine Fischmolllippen, das widerspricht mir. Und im Grundsatz ist es so, ich operiere das, wo ich dahinter stehe. Für mich auch. Also ich, sonst werde ich selber und bin ich nicht glücklich, wenn ich etwas mache. Ich möchte nur das machen, wo ich gerade dahinter stehe, wenn der Befund das rechtfertigt. Das ist meine Philosophie. Was heisst denn für Sie Schönheit? Schönheit ist individuell. Das können Sie nicht definieren. Das ist auch die Ausstrahlung eines Menschen, die Schönheit. Und es kommen viele Faktoren zusammen, die einen Menschen schön machen. Das ist ganz schwierig. Es gibt natürlich Richtlinien, Drittel, Drittel, Drittel Abstände zum Beispiel. Abstand der Augen, prominente Wangenpartie oder weniger prominente Lippen, zum Beispiel schmale Oberlippenbreite, Unterlippen. Dann muss man das genau definieren und dann auch spüren, was ist denn wirklich der Wunsch vom Patienten? Ist es das, was wirklich dann auch fehlt an der Anatomie, was er möchte korrigieren oder was zu viel ist? Ich nehme mir grundsätzlich fast eine Stunde Zeit für jeden Patienten, der neu kommt, um das zu spüren. Und dann muss man das ganz genau im Detail auch miteinander anschauen und dann realistisch auch sagen, was ist machbar und was nicht. Was wollen denn Patienten am meisten operiert haben? Also ich mache am meisten Gesichtsoperationen im rekonstruktiven und im ästhetischen Bereich und Brust und Bauch. Und auch Körperkonfigurierung, Liposuction, so Formungen vom Körper, wo unästhetische Depots sind, wo du Sport nicht wegkommst oder Diät. Das gibt es ja, resistente Fettpolster zum Beispiel. Das ist eine häufige Sache. Aber am liebsten operiere ich im Gesicht, weil das fasziniert mich einfach. Einfach die Veränderung? Die Veränderung, wenn einer jung ist und hat schon ein bisschen das Mass, das ist die innere Schicht, wo schwer ist, wo absagt. Und dann sieht man so Asymmetrie zum Teil auch oder auch Lead-Chirurgie mache ich sehr viel und gerne auch. Das ist auch eine sehr dankbare Chirurgie, wo man ohne grossen Eingriff eigentlich viel kann im Ausdruck verändern. Die müden Augen, der frische Ausdruck wieder zu haben. Das ist sehr spannend und es macht Spass. Sie haben gesagt junge Leute. Sind dann auch viele junge Leute, die zu Ihnen kommen? Das sind zum Teil eben junge Patienten, die schon älter aussehen, weil sie vielleicht eine Zeit lang mal falsch gelebt haben, weil sie viel geraucht haben, viel in der Sonne gewesen sind. Also ich spreche jetzt mal jung, sage ich mal ab dem Vorher 30, 40. Das sind ja eigentlich noch jüngere Leute. Typische Facelift-Patienten mit Hals- und Gesichtserschlaffungen sind natürlich meistens älter. Aber es gibt schon Menschen, die schon früher so Veränderungen haben. Und das Gute ist halt, wenn man so etwas dann hat, dann kann man durch die Operation den Alterungsprozess auch verlangsamen. Weil durch die Narben, die sich bilden zwischen den Schichten, stabilisiert sich das Gesicht und hat viel länger, als wenn man nicht operiert worden wäre. Es gibt ja auch Menschen, die zur Erschlaffung neigen, die schon jung auch erschlaffte Gesichtszeuge haben. Das gibt es recht oft. Was auch spannend ist, wir haben es am Anfang gesagt, 90 Prozent, die zu Ihnen in die Praxis kommen, wegen ästhetischer Chirurgie, sind Frauen. Wieso? Das ist eine gute Frage. Ich denke, es liegt zum einen wohl an der Natur der Frau, die sich schmückt, die gern schön möchte sein, die auf ihr Äusseres viel mehr Wert legt als ein Mann, die ja unkompliziert vielleicht in dem Sinne ist oder wem das nicht so viel bedeutet. Ich denke, das liegt in der Natur der Geschlechter auch ein bisschen. Wobei es gibt schon viele Männer auch, die wir haben, aber es sind so circa 10 Prozent, die konkurrenzfähig müssen zum Beispiel im Job, die dann frischer aussehen möchten, die sich auch nicht so alt fühlen, wie sie aussehen zum Beispiel und die dann durch so eine Operation einfach das korrigieren können. Sind Schönheits-OPs noch Tabus oder gehören die heute schon zu der Gesellschaft dazu? Also in der Schweiz ist es immer noch so, dass es eher nicht so ist, dass man über alles spricht. Und es ist eben auch wichtig, dass man so operiert, dass die Leute das nicht sehen, sondern dass einfach der Prozent frischer aussehen und dann man gefragt wird, bist du in der Ferie gewesen, was ist los? Aber ich denke, es reden nicht so viel darüber wie zum Beispiel in den USA. In den USA ist das wesentlich offen. Ich bin oft auf Kongresse in den USA und rede man oft über das Problem, dass wir in der Schweiz eher zurückhaltend sind. Und deshalb machen auch viele sehr viel Werbung, um mehr Patienten zu bekommen, weil man redet nicht darüber. Wenn man mehr darüber reden will, wäre vielleicht viel mehr die Bereitschaft, da solche Operationen zu machen als zum Beispiel in den USA. Was auch noch dazu kommt, ist das Bild von Ihrem Beruf ist nicht sehr gut. Schönheits-OPs sind umstritten. Man gehört auch sehr viel die Horror-Geschichten von Leuten, die nach so einer Operation entstellt sind. Was ist das Problem? Also sagen wir mal so, eine Entstellung zu produzieren durch eine Schönheits-OPs ist eine Katastrophe. Warum das passiert, kann verschiedene Gründe haben. Ja, das kann einmal sein, dass der Operateur sein Handwerk nicht kann, dass die falsche Integration gestellt worden ist. Oder dass der Patient auch nicht sich an das hält, was er nach der Operation muss. Irgendetwas falsch macht, was dann zu einer Komplikation führt, die dann zu einer Entstellung führt. Wie zum Beispiel einen Wundinfekt im Gesicht oder einer, der verschwiegt, dass er raucht und hat einen Facelift gemacht und dann stirbt das Gewebe ab, weil es zu wenig durchblutet ist. Das sind die Gründe. Man muss aber auch sehr darauf schauen, wo man hingeht. Genau, das ist natürlich ein grosser Faktor, dass sich viele Schönheitschirurgen nennen. Das ist ja auch okay, solange sie ihr Fach verstehen oder das Fachgebiet verstehen. Aber im Prinzip ist der Titel Schönheitschirurgie nicht geschützt. Also nur der einzige Facharzttitel, der den Titel Schönheitschirurg im Facharzttitel dient, sind wir. Facharzt für plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie. Das heißt aber nicht, dass einer, der jahrelang ästhetische Chirurgie gemacht hat, zum Beispiel einen Haaren-Oarzt oder einen Kieferchirurg, der auch sehr viel Gesichtskirurgie macht, dass der kein Facelift machen kann. Das stimmt überhaupt nicht. Aber es gibt halt doch immer wieder schwarze Schafe, der gerade genau in dem ausserfachlichen Bereich versucht, Geld zu verdienen und dann Sachen im Wochenendgrösschen macht oder versucht, irgendetwas zu lernen und das aber gar nicht kann. Und dann das halt macht und dann sind es halt Probleme, die sehr oft entstehen. Haben Sie das auch schon mitbekommen persönlich? Ja, wöchentlich. Wöchentlich? Ja, ich habe jede Woche Patienten, die nicht so toll operiert worden sind, die man dann korrigieren muss. Wie kann man sich da schützen? Also wir haben von unserer Fachgesellschaft eine Broschüre rausgegeben für Patienten, wo sie sehen, wer ist überhaupt Facharzt in ihrer Stadt, wenn sie einen suchen. Und dann ist natürlich auch wichtig, dass man den Arzt mal kennenlernt und vielleicht auch Referenzen einholt. Und wenn es kein Facharzt sich eben genauso Referenzen einholt und auch fragt, wie oft er so etwas schon gemacht hat, so einen Eingriff. Und man muss ein gutes Gefühl haben auch. Das muss zwischen Arzt und Patient ein Niveau da sein, das harmoniert und das Vertrauen noch da ist. Und wenn man das nicht hat, sollte man es nicht machen, auch als Arzt nicht. Also wenn ich jetzt eine Patientin habe oder einen Patienten, wo ich das gespür habe, der ist nicht so differenziert, er macht das nicht, was ich nachher sehe, was wichtig ist. Aber er macht sicher einen Tag später einen Verband weg und hat dann einen Infekt zum Beispiel oder manipuliert hat eine Wunde, in einer Wunde, wo viel zu frisch ist und dann ein Infekt entsteht, das passiert immer wieder mal, dann ist das natürlich schlecht. Und wenn man das als Operateur spürt, das könnte so ein Patient sein und es ist einer, der nicht aus dem Krankheitswert operiert wird, sondern aus dem Schönheitswert, dann muss man einfach vorsichtig sein und sagen, für mich stimmt es einfach nicht. Oder dann mache ich die Operation auch nicht. Eben, ungefährlich ist es so oder so nicht, Operationen, das muss man sicher auch noch sagen. Wir sind schon am Ende unserer Sendung, ich danke Ihnen vielmals für dieses spannende Gespräch und wünsche weiterhin alles Gute. Und Ihnen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer wünsche ich noch einen ganz schönen Abend auf Wiedersehen miteinander. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Und dann ist das eine gute Idee. Das ist ein bisschen spannend. Untertitelung des ZDF, 2020